Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, das Bordpersonal der Schneckenburg Airline begrüßt Sie auf dem Flug 191 von Zuznick City nach Saint-Tropez. Bitte nehmen Sie Ihre Sitzplätze ein, legen Sie Ihren Sicherheitsport an und hören Sie aufmerksam zu. Wir machen Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen bekannt. Diese Boeing 191 verfügt über drei Notausgänge, einen im vorderen Bereich, einen im hinteren Bereich, sowie einen in der Mitte. Das Bordrestaurant und die Bar befinden sich zu Ihrer Winken. Gerade über Ihnen stehen Ihnen Kopfhörer zur sofortigen Nutzung zur Verfügung. Wir werden eine Flughöhe von ca. 30 cm über dem Meeresspiegel erreichen. Bitte nehmen Sie Ihre Füße hoch, take off now. Wir starten in Kürze und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Wir starten in Kürze und wünschen Ihnen eine Flughöhe von ca. 30 cm über dem Meeresspiegel. Wir starten in Kürze und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Wir starten in Kürze und wünschen Ihnen Kinder hinein. Gewöneボatren D.D. Jays. D.D.isto. Untertitelung. BR 2018 Wir haben unseren Zielflughafen erreicht. Wir haben unseren Zielflughafen erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020